Jetzt kriegen wir die OZ-Munition wieder. Musstum 200. Leben 200. Wir sind voll, Leute. Voll. Ach nee, nicht schon wieder so ein Scheiß hier. Musstum alle nacheinander mal wegknallen hier. Ich komme in allen Seiten wieder hier runter mit dem Geburtstagkuchen. Ich habe heute Geburtstag, Mensch. Lass doch mal die Clowns zu Hause, Mutter. Was soll denn das? Wenn schon, wenn schon hartes Alkohol auf dem Tisch, ne? Ich dann wieder kotzen kann. Hauptsache, es macht schwindelig immer schlecht. Hauptsache, es schmeckt und macht schwindelig. Wie der Bodo immer sagt. So, da kommt auch schon wieder der Nächste. Das kommt Fu-Kämpfer. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, ja, ja. So. So, wie ist die Lage? Aussichtslos. Keine Munition mehr. Das ist häufig irgendwie nicht. Jetzt verspalle ich meine ganze Schrot-Munition wieder. Bis ich überhaupt nichts mehr habe. Das ist ja eh noch mehr einer. Ja, lacht doch mal, wie dreckig hier. So, da ist ne goldne Münze. Da auch. 100 Punkte extra. Ah, das stört doch mal. So, ich will jetzt hier hoch, Mensch. Das reicht's mir. Zum Besten ist die aber einfach. Also, ich will jetzt hier hoch. Im Spielplatz. So, ich mach mal grad hier. Position. Dann schneiden wir es erstmal hier oben ab. So, dann komme ich wieder mit dran. Da komme ich wieder dran. So, das nehme ich mal mit. Kommt ja halt dauernd hier. So. Nehme ich das wieder mit. Das hier. So, dann geht es wieder runter. So, wie ist die Lage? Der Lachreg aussichtslos. Ich habe schon wieder bald keine Munition mehr, wenn ich das so weitermache. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ist das langweilig, ey. Wie ich eine Art schon wieder spiele, ist das schon wieder voll Fun. Oh, jetzt tuckerts hier alles. Gerade Frames sind wir mal ein bisschen runtergegangen. So, hau ab jetzt hier runter. Was willst du denn? So, letzte. Gut. Das habe ich so alle eingesammelt, ja. So, der fünfte Serious Sam. Was kommt denn jetzt? Scheiße, 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 das ist auch scheiße. Ja, die Munition könnte ich gut gebrauchen, aber ich komme da mit hin. Hm. Dafür nehme ich erst mal eine Droge. Die ist der scheiß Pillen wieder hier. Ja, die Rüstung hätte ich auch gerne. Auch gerne. So. Ah, ich verstehe. Yippie. Oh, Mist. Und da weiß ich, können Sie mich nicht treffen, halt. So, dann machen wir es nochmal in der Richtung. Super. Da kriege ich wieder mehr Munition. Schnell ist ein Rad. Und spring. Dann gehen wir mal in die Mitte. Und rüber. So, kommt schon wieder der nächste. Kommt wieder ein Panzer angerollt. So, sich einmal umgucken. Das ist nichts. Die Munition sage ich schon. Hier, die Musik geht langsam aus. So, einspringen noch. Und rüber. Und rüber. So. So, da bist du ja, Papa. Hallo Chef. Wer geht's denn, Chef? So, jetzt springe ich nach da, nach da, nach da. Nee, ich will erstmal die Rüstung haben. Und nochmal, Rüstung ist voll, das ist wunderbar. Jetzt gib mir eigentlich mal dieses Segel. Wir haben schon genug hier. Verlauert. Wir wollen noch mal langsam weiterkommen. So. Komm schon wieder, also springe ich an. Ja, das sieht aus, als wenn wir es mal geschafft haben. Ah, jetzt bringt das wieder ein paar alte Erinnerungen zurück. Jetzt bringt das eine mit speziellen. Ja, das ist ein paar Erinnerungen zurück. tja da war gerade diese erweckler tafel da die gesamte punktzeile wissen ja dann geht es mal weiter Musik geht auch schon ab, richtig gut irgendwie. Ja, gibts mir, gibts mir, gibts mir hart. Gibts mir, gibts mir, gibts mir hart. Und wir singen jetzt unser Schießlied. Die Kanone. Oh, das ist eine berühmte Waffe. So. Bazooka, ja. Und schießen bis zum Gehtnichtmehr. Wir haben doch genug Munition, bis wir uns nicht versiegen können. Wir schießen in Headshotkopf. Da kommen wieder gerollene Fahrzeuge an. Und ist, ich schieße wieder daneben und ich hole die Schrotflinte raus. Kugelschuss, Kugelschuss, Waffenschuss, Explosion. Wieder die Gegner von der Schkelbrücke springen. Bis zum letzten Mann und Atemzug, bis wir das unterwehen. Wenn das nach, es kommt der größere Kugel nah. Ich kill euch alle zusammen. Und das Lied muss weiter gehen. Zack, ja, hua. Schießen bis zum Abwinken kommen alle wieder. Bis zum letzten Mal zuwider. Und wir schießen die Munition. Wenn das Land euch das verbrennt. Es lader Nuss und Ader Efer. Bis das Leben zu Ende ging. Bis ich endlich erwachsen bin. Ja, du bist geschossene Walde. Weil's sind mal. Mir macht das Sängen richtig Spaß. Und mit der Rammstein-Arz. Yeah. So, Schluss mit Lustig. Gehen wir langsam den Bus aus. Mit meiner Reederei und Singerei hier. So, Leute. Die Kugeln geben einfach nicht auf. Kommen wir dann Mordszahn zu mir. Kommen wir in allen Richtungen. Mit der Füßigt wird das so schön ist. Ich verballere hier meine ganze Munition. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, 70 Schuss lege ich mal auf. Hat auch keinen Sinn. Nämlich die Bazooka. Oh! Und? Hab ich getroffen? Jawoll, hab ich getroffen. Verschiebt mal alles hier. Stehen hier ja keine Fahrzeuge rum. Langsam wird mir was richtig angenommen. Ja, gib mal! Stoß hier, Jungs! Ja, was könnte ich gebrauchen?